So, ein Quick Match 3 2 1, los geht's! Let's go! Ferra? Was hast du das? Ja, Leo? Wusstest du, dass du einen Zoo mit zwei Pandas, einem Grizzly und einem Polarbären aufmachen kannst? Zwei Pandas, einem Grizzly und einem Polarbären? Ja, ok. Und dann? It's the bare minimum. Oooooooh! Das ist grad immer schlecht! Hört, hört! D'auch mal für Leo, wie nennt man einen Hund in der Londoner U-Bahn? Underdog. Underdog. Ja, Underdog ist auch schön. Ja, Underdog ist aber auch nicht verkehrt. Ja, beides okay. Subwoofer ist super. Michi hat vorhin eingebracht, wie nennt man Frost, wenn sie alle ihre Gadgets gelegt hat? Keine Ahnung. Nomad. Ich dachte, das wäre Spiel, ich dachte, das wäre Mensch ärgere dich nicht auf Deutsch, äh auf Englisch. Nomad. Nomad, ja okay. Ja, ja, ja. Tut euch nicht weh. Da kommt ne Rotation rein, Michi. Was haben wir jetzt gelernt? Du hast jetzt in den Michi eine Rotation gemacht? Ja. Ist ja beschiss. I am not able to rotate. Wieso hat Fleisch gerade Nahten dabei? Oh nein. Ja, ich wollte da nochmal zurück. Ich muss ja noch die, die Garage hier feiten. Äh. Äh. Oh Mann, Leute, jetzt finde ich eine Robbe. Was, eine Robbe? Nein. Oh nein. So, ich weiß nicht, was ich meine. Leise bitte. Warst du das? Nö. Das war der Sledge da vorne. Frisch. Au. Äh. Die Buffum Hedge ist offen. Ja, das sind zwei in Yellow und ich bin tot. Ups. Okay, Yellow. Nur da und jetzt bin ich droppt. Blackbeard Yellow, Sledge Yellow. Blackbeard Dead. Und Ace auch noch Yellow. Äh, Hedge gedroppt, Buffum Hedge. Auf mich. Hibana ist an der Bombe. B-Bombe. Hat mich. Ficken. Entschuldigung. 70. Nomad ist top. Dachlos. Yellow Stairs. Das heißt nur die Bahn nach Onside. Mach die weg, dann ist Notion. Okay, Shin. Jawohl. Wir haben einen Bar verteidigt. Wie bitte? Wir haben einen Bar verteidigt. Auf Clubhouse. Das ist gut, dann kann ich mehr Whisky für mich. Machst du grad Solo-Q? Jo. Die Solo-Q. Ne, ich mach keine Solo-Q. Nein, der mag. Nomad ist Spiral. Es kommt. Zulu oder geht direkt runter? Äh, geht nach Visa. Visa. Äh, Spiral? Schöner Vor-Q. Schöner Vor-Q. Schöner Vor-Q. Einfach nur ein kurzes Bumms gehört. Ah, Manni, der kommt irgendwie Lärm. Bläm. Bumms. Wupp. Er war schön. Sie haben einen Blackbeard. Weiß ich, ich wäre keinem ins Hof gelaufen. Gebetete Weiß. Haben ein Schild unten, Yellow. Ja, ist ein Monty. So, ich geh jetzt kacken. Da ist auch jemand dahinter. Oi! Ich werd dir nicht beim Kacken zuschauen. Der Englisch-Tal-Ausrufe. Ja, komm! Jacky! 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 Ich bin grad Jacky genannt. Jaaa! Monty ist da immer noch? Er sitzt beim Getränkeautomaten. Seh ihn nicht mehr. Ich geh mal in die Camps. Ich brauch immer was dummes, okay? Na klar. Da ist ne Drohne drin. Der hat die Drohne nicht getroffen. Ich glaub die Drohne ist unten reingefahren. Ich glaub die Drohne ist unten reingefahren. Ja, haben sie gerochen, Monty. Nomad Yellow. Ich glaub die Drohne, glaub ich. Ich seh, ich seh ihn am Lauf. Äh, hier ist noch einer auf den 3. Ja, ich seh ihn am Lauf. Ich warte noch, bis er kommt. Gut. Ich glaub da war mehr Indoor. Möcht sich hier. Ich glaub Yellow. Habt ihr denn Monty Chance? Monty ist dead. Nomad is dead. Okay. Fuse is dead. Jacky is dead. Loading full mag! Hä? Oh, sieh! Oh! Oh! Boop! Oh! Oh! Haben die alle dabei? Haben die ja eigentlich Hard Breach. Was nes? Ist das ein Junker? Glaub nicht! Stark! Sad Maverick-Noises. Oh! Oh! Du bist ein Gerd mit Teil des Team-Sagnis! Ich fühl mich auch total gewertschätzt. Nein, du bist nicht nur ein... Ich hab ein Hard Breach-Device, ich kann das! Super! Ich kann das! 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 Jetzt wär ich mir sicher von Yellow gespawnt peaked, weil einer ich nicht gewartet hat. Und jetzt... Er ist letzter aus diesen Momenten vorgesehen. Reload! So. Ähm... Uh, apropos, Yellow, da ist offen. Da! Guck da mal! So. So. Böse sind die Kameras da durch. Alles da hin und schmeißen. Das hat drei Bändes weggemacht. Da steht einer auf dem Auto. Da steht einer auf dem Auto. Da steht einer auf dem Auto. Ja! Ich dipp. Okay. Ähm... Krabbel! Au! Wird jetzt verstärkt, da kommst du nicht durch. Sie haben auf dem... Ohohoho, nennt er Changa! Alter! What the fuck? Ein super lower Bandit. Er hat die höhere Feuerrate scheinbar. Mhm. Hinten bei nem Schild. Ähm... Kann ich euch die Kartoffel hier mal da laschen? Ich geh mal... Uh! Nice! Juan Depp! Werfen bis in den Trommel. Die ist bestimmt echt, jo. Ja! Haha! Hammer! Scanning for Devices and Traps! Ich halt mal einfach das Ding, okay? Ich pusht mal Yellow. Muss mal gucken, ob du die Kartoffel kriegst. User meins. Ich glaub das Spiel, glaub ich, das nochmal wär. Wo? Hinterm Schild. Ah, fuck, ja. Sie haben einen Jäger. Links! Hieß mich jetzt! Rechts! Ja! War gut. Äh... White Van ist der Bandit. Das ist hart rechts. Also hart rechts und links. Halt und Cross! Nein, der links ist einer grad aus, einer rechts. Äh... Das wär die falsche Alibi. Alibi! Alibi! Wie viele Kugeln hast du jetzt auf dieser Alibi abgelassen? Yes! Glauben die Sonder in der Main Lobby und haben eine Ela. Das ist eine gewagte These, die ich aber vollumfänglich unterstützen möchte, weil ich dich gerne unterstütze. Da ist so eine Mine. Direkt über der Tür. Ich glaub, die haben eine Frost. Oh, Eiskalentenwald. Ja. Die ist drüber. Krassomat. Und schon wieder eine Alibi. Hu hu hu. Die Alibi, direkt hinter dem, hinter dem Counter in der Lobby ist nicht echt. Nicht? Okay. Nö. Sicher? Willst du nochmal nachfragen? Ehrlich? Wie schon... Enttäuscht jetzt bis jemand drin. Wut? Einer ist einem abseilen. Da ist mein Ping heute los. Warum ist denn der heute so schlimm? Sag doch, der hängt bei mir am Puls. Du 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 du. 200 Puls hab ich! Wut? Wut? Was ist denn so eine Scheiße mit der Scheiße hier? Eine Scheiße mit der Scheiße hier. So. Ich glaub ich mach mal bei dir du. Du. In der Abminden ist jemand. Die Ella. Du 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 du. Ist auf dem Weg zum Printer? He 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 Lio. He 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 he. Können durch voll tief. Mach's weg du Dinge. Ah, Ella in Admin! Blöding! Cool? Ja... Minus! Reulets down! Ich hab ein Nachbar's rum aufgemacht. Da steht jemand. Das ist krass. Ja, ich bin so krass, oder? Ich mach da einfach einen Tierhund. Eine ganz harte Beischläferin. Der Chunky Boy ist in ähm... Er ist der Treppe. Welche Treppe? Die Spindel... also... Die Spiral, ja. Spiral. Main... Spiral. Ich hätt schon was Mainstay erst gehabt. Chunker ist Nordwesten in Piano? Hm... Ich bin kurz weg. Wir haben eigentlich Augen auf die Ella. Top Spiral. Ja, danke. Hab sie gefunden. Der braucht schon Schilde. Also, wenn ihr jetzt da plantet, oder so, kann ich das nicht gut, äh, unter Kontrolle halten. Äh... Hab den Chunker. Da. Okay, ja. Ich, äh... Ah, nein! Die ist in einem Cubby! Cubby! Ich meine, ne, dass man jetzt aufschießen kann? Nö, warte kurz. Krieg's gleich Luftdeckung. Ab mich! Oh, Mann! Spiral. Scherzki. Oh, Mann! Ist durch die Spiral oder weggerannt. Und dann Richtung Yellow, glaub ich. Die läuft's! Ja, los, der ist. 5 Sekunden remaining. The defuser has been secured. Land! Hier, Schwart, Üblis. The defuser is online and active. How are you alive? Ich seh' Sulu spät. Hm. Alter. Hey, Leo. Ich kamer dich. Oh, jetzt ist sie rausgelaufen. Mh. 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 Hat doch funktioniert.